So, einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XCB heute am 31. Oktober 2023, es ist Dienstag und heute wollen wir mal einen Blick werfen auf den Devisenbereich und wollen mal einen Blick werfen auf eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die wir zu sehen bekommen, nämlich rund um die japanische Notenbank, die heute Nacht, ich würde mal sagen, überrascht hat, um es mal nett zu formulieren. Und wir wollen einen Blick werfen auf die aktuelle Geldpolitik, die Yield Curve Control, die sogenannte YCC, was es damit auf sich hat, kurz ein Update dazu geben. Und kurzfristig auch die Entwicklung jetzt im japanischen Yen einfangen, wo jetzt nämlich die 150 Dollar Marke im Dollar japanischen Yen attackiert wird und rausgenommen wird, wie oberhalb halten. Und warum wir weitere Bullishness erwarten können, aber warum es auch ziemlich volatil werden kann und vor allem, welche Auswirkungen das haben könnte auf die globalen Finanzmärkte, auf die Aktienmärkte eventuell ganz besonders, denn da spielt der japanische Yen ja eine nicht zu unterschätzende Rolle als sogenanntes Carry Trade Vehikel. Bevor wir allerdings zu detailliert jetzt bereits schon darauf eingehen, zunächst der Blick auf den Risikohinweis und dann alles weitere. Divisen und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für ihren Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstellt man bitte sein persönliches Risikoprofil und oder lasst ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lasst sich dann auf xcb.com.de kostenlos eine Demo herunter, testet er noch risikofrei, schaut, ob der Handel mit diesem Produkt sich für einen eigenen, sofern man das mit Ja für sich beantworten kann, hat man auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu öffnen. Diesbezüglich alle Informationen, vorstelliger Risikonweis findet ihr auf xcb.com.de, auch gerne den deutschsprachigen Kundensupport hier in Berlin kontaktieren, Telefonnummer, E-Mail-Adresse folgt sogleich. Vielleicht zuvor in eigener Sache, bitte nichts in den Folgenminuten als Anlageempfehlung missverstehen, es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event, ihr habt die Möglichkeit, eure Fragen zu stellen in der Kommentarfunktion unterhalb des Videos, aber bitte nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier einmal die Kontaktdetails, unter denen ihr den Berliner Support hier erreichen könnt, beziehungsweise E-Mail-Adresse, kurz zu xcb.com als Broker, bester CFD-Brokersjahres 2023, ausgezeichnet von Brokerwahl, die Kunden dazu geführt haben, findet ihr hier einmal aufgelistet, ein Grund mit Sicherheit die xStation und genau auf die wollen wir jetzt hier einen Blick werfen und einen Blick werfen auf den japanischen Yen, querstrich Dollar japanischen Yen an dieser Stelle und den Vorstoß, wie ihr es hier sehen könnt, über die 150er Marke. Wir machen uns auf in Gefilde, ungefähr auf der Oberseite hier in Gefilde um die Oktober 2022 hoch, das ist ziemlich genau verlaufend um 152 und wir hatten ja einen ganz kurz hier super starken Lauf, den wir zu sehen bekommen haben, aggressiver Rate-Hike-Cycle, also Zinsanhebung-Cycle seitens der US-Notenbank FED, haben in diesem Zusammenhang zeitgleich eine Reformulierung des Status Quo, eine sehr panische Notenbank zu sehen bekommen, dass man nichts am Leitzinsniveau tun wird, also in irgendeiner Form Zinsanhebung oder sonst dergleichen auf den Weg bringen würde, sondern an dem geldpolitischen Experiment mit Yield Curve Control festhält, das heißt also 10-jährige Zinsen, das ist ganz kurz zur Erklärung, auf 0% fest tackert, die schwanken lässt, fluktuieren lässt in einer Range von damals 25 Basispunkten. Also das bedeutet, man lässt zu, dass der Zins sich auf plus 0,25% oder auf minus 0,25% bewegt, dass der innerhalb dieses Korridors schwankt und sobald wir einen Versuch sehen aus diesem Korridor auszubrechen, kommt die japanische Notenbank und kauft bzw. verkauft, je nachdem, japanische Noten, Schuldtitel, um den Zins zurück in dieses Band auf die 0% Hürde zu bringen. Jetzt haben wir dann einen sehr, sehr aggressiven Zinsanhebung-Zyklus gesehen, rund um den Globus in Form oder in Folge von galoppierender Inflation, die begünstigt wurde durch die katastrophale Covid-Politik, die sich nachträglich auch als solche herauskristallisiert hat, Lockdowns, bei zeitgleichem Überschwemmen der Märkte mit Unmengen an Liquidität. Wer hätte da an können, dass die Preise durch die Decke schießen und die Inflation beginnt zu galoppieren? Die Notenbanker rund um den Globus zeigten sich alle überrascht. Hochdekorierte Ökonomiegrößen, Professoren und dergleichen. Für einfache Menschen wie ich und mich war es wahrscheinlich keine so große Überraschung, dass wenn man weniger Güter hat, die von mehr Geld gejagt werden, dann dazu führt, dass es Preissteigen gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Fakt ist auf jeden Fall einmal galoppierende Inflation. Wir haben in diesem Zusammenhang aggressive Zinsanhebung zu sehen bekommen, seitens der FED, seitens der EZB und so weiter. Und wie gesagt, ein zeitgleiches Beibehalten des gelbpolitischen Experiments, QQEs muss man bezeichnen, Quantitative and Qualitative Easing. Es ist weniger ein Quantitative Easing, sondern auch noch qualitativ, weil eben ein ganz bestimmtes Zinsniveau, Querstrich, einen ganz bestimmten Bereich der Zinsstrukturgruppe eben betreffend. Und das hat dazu geführt, dass wir hier entsprechend diese galoppierende, diese scharfe Aufwärtsbewegung zu sehen bekommen haben. Dann kam es Ende des Jahres 2022 zu einer interessanten Entwicklung, nämlich die japanische Notenbank weitete diesen Korridor aus. Und sie sagte dann, man ist jetzt willens den Leitzins, Querstrich, den Zins 10-jähriger Bonds an dieser Stelle in einem Fenster von, oder in einem Korridor zwischen plus 50 Basispunkten und minus 50 Basispunkten zu sparen. Also 100% Ausweitung von 0,25 auf 0,5% nach oben, beziehungsweise minus 0,5% nach unten. Das war im Gesamtkontext seitens des Marktes, wurde es dahingehend interpretiert, dass man sagte, das ist fast eine Zinsanhebung seitens der japanischen Notenbank, so wurde es dahingehend interpretiert. Denn man sagte an dieser Stelle, wir sind willens, einen höheren Zins zu akzeptieren, ausgehend von auch der inflationären Entwicklung, die wir in Japan zu sehen bekommen. Und das ist deswegen, oder das hat kurzzeitig für einiges an Volatilität auch in Equities gesorgt, weil, und jetzt kommt, der japanische Yen bekanntlich ein sogenanntes Carry Trade Vehikel ist. Das heißt, Carry Trades, sehr plump gesprochen, du verschuldest dich günstig in einer Nullzinswährung, wie zum Beispiel französischen Franc, habe ich schon gesagt, Schweizer, Schweizer Franc, CHF, beziehungsweise auch japanischen Yen an dieser Stelle. Und in diesem Moment, wo man jetzt zulässt, dass dieser Zins ansteigt und der japanische Yen somit teurer wird, so kann man das am besten verstehen, haben wir eine Rückabwicklung von Carry Trades. Das heißt also Kapitalrückflüsse in den japanischen Yen, die dann dazu führen, dass zeitgleich Carry Trades aufgelöst werden, was zum Beispiel das Abstoßen von Aktienpositionen oder dergleichen nach sich zieht und ein Risk-Off nach sich ziehen könnte. Und genau diese Entwicklung, die wir da zu sehen bekommen haben, die hat einiges an Aufruhr erstmal kurzfristig jedenfalls nach sich gezogen. Es beruhigte sich allerdings dann, wir sahen hier gegen die 150, 152, dann einen Abwärtstrend, wir sahen Kapitalrückflüsse in den japanischen Yen, aber mit ungefähr um die 130 zu Beginn des Jahres 2023 kam hier bereits eine Bodenbildung und wir haben dann einen sauberen Aufwärtstrend etabliert, der uns wieder zurückführt in diese 150er-Gefilde. So, und jetzt kommt es heute Nacht zu einer Formulierung, die wirklich aufhorchen lässt, denn Japan, beziehungsweise die Bank of Japan, war ich die Äqueler der Geldpolitik erneut auf. Und dann habe ich diesen entsprechend relevanten Aspekt hier mal farblich hervorgehoben in dem Artikel von der Wirtschaftswoche. Die japanische Notenbank könnte es zulassen, dass die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen auf mehr als 1% steigt. Und das ist brisant, denn das bedeutet im Endeffekt das, was ich schon seit geraumer Zeit immer mal wieder thematisiere, nämlich dass früher oder später die japanische Notenbank eventuell die Kontrolle über diese Zinsstrukturkurve, 10-jährige Zinsen auf 0% festzutackern, verliert. Und das ist das, was sich hier herauskristallisiert. Denn wenn ich jetzt sage, wir lassen den Zins auch darüber hinausgehend fluktuieren, dann ist das im Endeffekt nichts anderes, meiner Einschätzung nach jedenfalls, als ein Statement in die Richtung, dass man sagt, nun, wir schaffen es einfach nicht, diesem fortwährenden Abgabedruck in japanischen Bonds entgegenzutreten. Also ohne massiven Schaden an der zugrunde liegenden Währung im japanischen Yen eben hier auf den Weg zu bringen. Das bedeutet also, die Marktteilnehmer, große Hedgefonds und dergleichen, attackieren hier wirklich diese 0%-Marke und bauen unfassbaren Druck auf, dem die japanische Notenbank jetzt nachgibt. Und es lässt eben zu, dass zeitgleich, offensichtlich, wie ihr es hier erkennen könnt, dann entsprechend der japanische Yen, beziehungsweise Dollar japanischer Yen über, in dem Fall, 150 eben steigt. So, jetzt wird man sich aber wundern, jetzt wird man sagen, warum? Das macht keinen Sinn. Eigentlich, anziehender Zins ist doch begünstigend, oder ist positiv für die zugrunde liegende Währung. Es sollte doch Kapitalrückflüsse in den japanischen Yen nach sich ziehen. Das ist durchaus ein ernstzunehmendes Szenario, welches auch massive Volatilität für die Equity-Märkte nach sich ziehen könnte. Stichwort Rückabwicklung von Carry Trades. Aber aktuell setzt sich erstmal offensichtlich der Bias durch, dass man sagt, nun, wir sollten mal nicht vergessen, dass die japanische Notenbank, ich habe das hier mal vorbereitet, über Trading Economics einmal und dann das Debt-to-GDP-Ratio, also das Schuldenlevel in Relation zum Bruttoinlandsprodukt in Japan, dass das bei über 260% liegt und demnach sind anziehende Zinsen hier erst einmal massiv die Bonität des jeweiligen Landes, der jeweiligen Volkswirtschaft, also Japan, betreffend negativ zu werden. Denn du hast plötzlich galoppierende Schulden durch anziehende Zinsen an dieser Stelle, welche dann natürlich die zugrunde liegende, wie gesagt, Bonität und man könnte den japanischen Yen auch in einer Art Aktie der Volkswirtschaft Japan verstehen, eben massiv unter Druck bringt, infrage stellt und infolgedessen es hier zu dieser bullischen Entwicklung aktuell kommt. Wie könnte ich das in einem Trade umsetzen? Das ist vielleicht neben dem fundamentalen natürlich ein Gedanke. Ich persönlich muss gestehen, ich bin Dollar, japanischen Yen im derzeitigen Umfeld erstmal long. Allerdings bin ich bei abschöpfendem oder abschwächendem Momentum dann aus dem Trade auch gleich wieder raus wäre und würde kontinuierlich den Trade immer sehr, sehr kurzfristig halten wollen, also kurzfristig im Sinne von Swings auf der Oberseite, Move-to-Move-Trades, also Momentum-Trades, würde ich aufsetzen, wenn ich davon ausgehe, dass wir realistisch eine Chance haben, erstmal kurzfristig wenigstens die 152 anzulaufen, sondern auch darüber hinausgehend zu laufen. Nichtsdestotrotz sollte man nicht unterschätzen, dass die japanische Notenbank natürlich die weitere Abwertung des japanischen Yen, die uns jetzt kurzfristig jedenfalls bevorsteht, erstmal dazu führen könnte, dass es eben hier dann auch aggressive Interventionen gibt, die die japanische Notenbank nicht ankündigen wird. Also das heißt, kurzfristige Flush sind definitiv denkbar und sollten ebenfalls mit einkalkuliert werden. Also kurze Trades, Move-to-Move-Trades auf der Long-Seite, 152 vielleicht sogar höher durch dieses erste Signal und vor allem auch längerfristig beobachten, unser Finanzsystem, unser Geldsystem, unser Fiat-Geldsystem ist zum Zerbersten gespannt. Wir sollten nicht vergessen, die japanische Notenbank, beziehungsweise Japan, ist der größte Gläubiger der USA. Das bedeutet, wir haben lange Zeit ja die Chinesen gehabt als größten Halter von US-Schuldtiteln. Jetzt ist es so, dass die Japaner diese Rolle übernommen haben, ich glaube schon seit mehreren Jahren tatsächlich. Und dann sollte auch klar sein, dass es infolgedessen, lange Rede, kurzer Sinn, ohne der zu sehr in Details zu gehen, zu massiven Kapitalrückflüssen in den japanischen Yen kommen kann. Also das bedeutet dann, ein früher oder später vielleicht Reversal sich hier stattfinden sieht, also mit einer Extension auf der Oberseite, einem Blow-Off im übertragenen Sinne und es dann zu einem massiven Run in den japanischen Yen kommt, bei zeitgleichem Abgabedruck, den wir über den US-Dollar zu sehen bekommen. Das ist ein ziemlich brutales Szenario, weil es auch massive Volatilität für die Aktienmärkte global, Stichwort Carry-Trades, Rückabwicklung und der gleichen nach sich zieht. Aber nichtsdestotrotz eines, für welches man Gameplanen sollte und auch im Hinblick vielleicht nicht nur auf Trade-technischer Basis, sondern auch aus Investment-technischer Perspektive im Hinblick auf die Portfolio-Zusammensetzung dann entsprechend eben mal zurückkommen sollte, beziehungsweise Szenarien skizzieren. So, das war jetzt mal ein bisschen fundamentaler. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können. Happy Trading, passt auf die Stops auf. Wir hören uns morgen wieder hier zum Guten Morgen Börse mit XTB, dann mit Ausblick auf die US-Notenbank-Leitzinsentscheidung der FED am Mittwochabend. Und habt euch wohl, macht's gut, bis dann und tschüss.